Teil 1 dieses Videos. Wer sich dafür interessiert, gibt es als Zoom-Video unter Reinhard Steinbrüller, Senioren, Kräuterfütt 2018. Der Rest hier per Stativ aufgenommen, Teil 2, Emsburg, Aufschlag bei 8-8, Helmut Riedl. An der Seite, man höre und staune, nicht Jürgen Gottinger, sondern Michael Demmler. Und jetzt Aufschlag, Peter Drexler. Der spielt mit Gottinger. Insetzen. Insetzen. 2-2. So, falls der Akku reicht und der Chip reicht, sehen wir von diesem spannenden Doppel, das finde ich, fünfter Satz, Entscheidungssatz. Ein Novum auf meinem Kanal, ich glaube, ich habe noch nie gefilmt, wie im Doppel Jürgen Gottinger gegen Helmut Riedl spielt. Immer nur, wie sie gemeinsam spielen. Aber wenn natürlich der ganz große Altmeister, Peter Drexler von TSV Ansbach, als Partner zur Verfügung steht, dann kann man schon mal die Gunst der Stunde nutzen. Sie müssen, um etwas Neues zu versuchen. Allerdings, sie tun sich schwer, obwohl Drexler hier wirklich unglaublich gute Bälle geliefert hat. Sie mussten erst mal ein 1-2 aufholen. Jetzt 2-2. Ergebnis notiert. Links daneben der vielfache bayerische Seniorenmeister Walter Bachmann im Einzel-Gegen Peter Sperr. Legenden aber natürlich nur für die, die schon lang genug spielen, die kennen diese Namen. Aufschlag-Jürgen Gottinger auf Michael Döller. Applaus So ein Ball. Applaus Also ein Ball. 1-2. Ja. Ja. Bitte schon ihn, Peter. Was? Bitte schon ihn. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ziel Nummer 2, Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff im Finale. Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff ins Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Doppelschiff im Finale, was man sagt, gegen Sperr fahrt man. Vielen Dank. Vielen Dank.